Mainz, Ebay. Kleinanzeigen. Wird Ihnen präsentiert von IG Metal Rock. Irgendwer ist zurückgeblieben. Ja, der, der die Anmod macht natürlich. Richtig. Der kann nämlich keine zwei Sachen auf einmal machen. Das war so klar. Jetzt. So, King Mission. King in Exile. Wir spielen Franzosen. Schmidi, mach mit. Alter, ist das da Schloss Einstein da unten, oder was? Schloss Einstein? Da haben wir unsere Dings, die, ja, da sind wieder drei von den schönen Dingen. Nein, du möchtest da jetzt nicht runter, du möchtest gerade weiter zu dem Gebiet. Sicher? Ja. Ja. Na gut. Erreicht uns die Unidad Basis, also da muss nix überleben. Oh, das ist das letzte Ding, letzte Story. Ja, ich sag ja. Bei Storyfinale. Ja. Von dem Gebiet. Ja, von dem Biomen, ne? Biomen. Ein Biomen. Oder von dem Biom. Du Winzling oder Gnom. Wie sieht's hier aus? Gibt's was zu mir in die Luft jagen? Also ich hab schon mal den Mörsermensch gekillt. Die Tolli-3er-Patrouille hier unten, die sind einfach zu gut, um sie nicht in die Luft zu jagen. Alle drei geholt. Sagen wir mal. So wünsche ich mir das. Hier vorne war einer eben alarmiert, ich hab ihn fast dran, jetzt ist er da. Oh Gott. Niemand. Ich mach mal alles Elektrische aus. Tolli-Lampen, die bringen wir an. Da ist was vor dich zu sagen. Weniger Lampen. Vor mich? Ich möchte dich nicht in die Luft jagen, deswegen bewege ich dich. Ah, C4. Okay, gut. Ja, das ist nicht weit genug geflogen, ich wollte das Fenster werfen. War nicht dran. Ich hab mich gewundert und hab gedacht, warum ist da nix rot? Apropos C4, äh, vor dir läuft tatsächlich jemand rum und du könntest mich defibrillieren. Oh! Gott, was war das? Du musst mich verbluten lassen. Ich bin noch bei Felix. Danke, danke, danke. Habe ich auch noch gedacht, das gibt's ja auch noch. Gut, ich hab dafür ja Kabum, was diesmal ziemlich gut macht, tatsächlich. Oh, ist ja noch einer. Ah, meine Presse. Auarm. Ich kann mit 20 FPS nicht schießen. Scheiße. Fili, wo wird auf dich geschossen? Kann ich dich holen? Oh, Vorsicht, da kommen drei Unidad-Leute, sogar vier. Die kommen jetzt zum Säck. Ready, ready, ready. Halt, nein, 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 die gehen ins Haus, alles gut. Okay. Erschieß ihn durch. Jetzt haben sie einen entdeckt. Ja, ich hab ihn. Da, Seite. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dachte ich ja schon tot. Da ist auch noch einer, genau. Sehr gut. Felix. War gar nicht schlecht. Ich hab die zwei im Haus geholt. So, wer von euch ist da vorne gestorben? Tramp. Auf. Dicke. Ganz unglücklich. Ganz unglücklich. Also, rennen wir da jetzt nicht rein. Nein. Okay. Wir holen uns nämlich alle noch diese Pakon. Ja, das ist noch eine Säge. Na komm, das hat doch gesessen. Aber locker. So, was lebt denn hier noch? Oh Gott, hier eine ganze Menge. Zu viel auf jeden Fall. Viel zu viel. Hä? Keine Ahnung, woher. Oh nein, für ein Typ. Danke. Alter, was ist das für ein Sandsturm hier? DJ Sandstorm. Oh Gott, da kommt ein Dingswagen hoch. Da kommt ein Dingswagen hoch. Da kommt ein Dingswagen hoch. Marco, neben dir. Ich werf C4. Hallo Bitches. Schade, ich hab's nicht überlegt. Wenn du hast C4, dann sind sie weg. Aber ich glaube nicht. Da. Äh. Felix, neben dir. Echt? Er ist unter dem Berg. Da kommt noch einer. Es sind überall welche. Da ist einer von hinten schon wieder. Aha. Das sieht geil aus. Du gehst auf den Boden, während er auf dich schießt. Sieht komisch aus. Ach, die sind da. Hä? Es ist schon wieder hinter mir einer. Wie oft hinten gibt's denn noch? Hä? Warum versperre ich mich jetzt schon wieder? Das sieht grad total seins aber aus. Ich glaub, du hast den Gegner vorhin nicht gesehen. Hä? Seid ihr jetzt beide? Doch, ich hab ihn ja getötet. Aber ich bin von hinten gestorben. Also bei mir sah's aus, als wärst du einfach nur auf ihn zugelaufen. Hier bin ich ja. Weil er sich ja versteckt hat. Hm? Ähm, Felix war das eigentlich eine Kill-Kill-Situation, oder? Äh, wie mein's? Oh. Ja, weil der... Er hat mich erlegt. Ist öfter so. Weil der tot war. Weil der tot war. Vorsicht! Weg, 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 weg! Da ist jemand hinter der Mauer. Wobei... Ja, haben ihn. Der tot war. Ich bin schon auf dem anderen Weg, wie ich's brauche. Ich bin schon auf dem anderen Weg, wie ich's brauche. Ich will wieder Granaten haben. Ich hab keine Granaten mehr. Ach du scheiße, da unten. Das ist ja... ... zum verrückt werden. Das ist zu krass. Das ist viel zu krass. Das ist viel zu krass. Das haben wir gebraucht. Wer hat das Gras weggeraucht? Den Song tun wir hier nicht rein, weil... Das war kein Song. Oh, von hinten, von hinten, von hinten Schmidi! Marco. Hä? Der verstößt auf jeden Fall gegen die YouTube-Richtlinien. Nicht mehr lange. YouTube muss sich nur daran gewöhnen. Ähm... Glaube, das kommt in der heutigen Zeit gar nicht mehr gut an. Wer redet hier von Politik? Nee, ich glaube, das finden die nicht so gerne. Ich weiß nicht mal, was ich gesagt oder gesungen hab. Also von dem her... Achso, okay. Dann kennst du den Song vermutlich nicht mal. Ist gut. Nee, warum? Ja, wer das Gras weggeraucht hat. Echt? Gibt's da einen Song? Headshot! Okay, krass. Ich habe den Heli geheadshotet. Sehr gut. Nice. Wie ist das? Das klappt in Battlefield 4 besser als hier. Ja. Wo kommt der jetzt her? Oh, noch ein Heli. Alter, was ist das für ein Heli? Kommt noch ein bisschen tiefer, kann ich C4 ranwerfen. Das dürfte so ein Dings sein. Wie heißen sie? Gesundheit! Danke. Oh, der hat Raketen am Start. Warum haben wir die Raketen? Wir haben eine Rakete direkt. Wir haben eine Raketen am Start. Kannst du mir vielleicht helfen? Irgendwann? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zack. Ja, sicher. Ja, wenn der Heli mich nicht mehr erlegen will. Danke. Ist doch ein Mörser. Können wir da nicht ran an den. Nee, nee. Du kannst maximal... Du kannst auch den Schutzkinder mit. ...Mörser bestellen. Wenn du mir das nächste Mal Deck umgibst. So, Thema Mörser, kaboom. Oh Gott! Was? Oh, ja. Ich wollte sagen, wir haben es gleich geschafft. Mal sehen. Nicht den... Weiß ich nicht. Die Woche vor dem Montagloben oder so. Boah, alle drei weggehen. Nein, das war... Man sollte nicht den Abend vor dem Morgen lohnen. Äh... Oh! Ich schieße grad mit dem Gewehr und stelle fest, wir haben Munition an. Ja, Munition soll ja. Warte, wo ist der Heli? Krieg ich den rum? Der ist nicht mehr da. Schade. Komm zurück. Der ist genau hinter dir. Er ist tot. Verdammt. Lass mich ja liegen. Okay. Äh, ach so. Ich wollte hier hin, weil ich Munition brauch. Oh. Direkt wieder vergessen. Danke, Felix. Ach, bitteschön. Ein Junge. Ein Löchel. Dankeschön, mein Alt. So, unsere Evakuierung ist hier wohl explodiert, befürchte ich. Ha! Jawohl. So wünsche ich mir das. Oh Gott, hier sind voll fett viele von den Gegner. Ja, wie hauen wir jetzt ab? Runter. Hier wieder von hinten? Was soll das? Oh. Oh. Oh Gott, sind hier viele Gegner. Ähm. Scheiße. Das war eigentlich kein Plan so. Oh, ich hab überlebt. Ich auch. Ich frag sie nur für wie lange. Oh. Oh Gott. Ich hab mich selber mit dem Mercer getaggt. Ich werde es nicht überleben. Oh doch, ich hab's geschafft. Und ich hab jetzt... Bei... 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 Ein paar Gegner wecken, wollte ich sagen. Das war nicht schlecht. Kann ich da ein C4 durchwerfen? Äh, fast. Egal. Muss ich wecken. Da kommt einer von hinten. Von hinten. Sind tot. Willi... Ich kann dich vielleicht holen. Mal sehen. Problem ist hier... Uns trägt eigentlich nur so ne dünne Papierwand von den Gegnern. Weißt du das? Ah. Ja. Ja, was ist gut. Und dann kommt er. Schepp steht einfach da und nicht wie wir leben. Oh Gott! Wo die Zähne hat. Oh. Äh... Da kommt ein Heli und noch mehr Gegner. wir müssen hier weg was heli oder fehl ist nicht unser problem ja das ist feli schießt auf unseren nie nicht unser leider nicht unseren müssen hier rauskommen wo was soll denn da? wo ist die nächsten munition? oha 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 ich komm nicht weg hoho was war das? warte ich glaub nur explodieren sollte ich hol dich wieder mal gucken hab ich das überlebt ich glaub ja nicht da können wir mal sehen perfekt jetzt haben wir sie meine granaten gut vorsicht ne deine granaten treffen gar nicht gut ehrlich gesagt aber aber es reicht als ablenkungsmanöver oh gott oh gott direkt vor meinem gesicht ist notiert irgendwer wirft so zwei meter vor sich kann das sein ich bräuchte wieder beleben das war ich so gut feli ist jetzt wieder auf der anderen seite also wir schlagen uns grad nicht schlecht aber da über dir ist schon der nächste heli ja oh gott oh gott oh gott hier ist sie ich bugge ich bugge notification in meinem gesicht verschwinde jetzt explodiert gut ich hoffe wir haben jetzt erstmal zwei sekunden unsere ruhe und zu marco wieder ja gut wir gehen zu den hinteren lkw's die leben noch was das für eine anzahl gegner hier ist echt unglaublich du ich hätte nicht dran geglaubt dass wir das überleben ja hammer keine wir können mit zwei von den wegen fahren feli läuft einfach an dem anderen vorbei äh leute ein gunner ein fahrzeug jeweils ja ja macht Sinn ich gehe aufs andere achso ja also Magnus du stehst bei mir auf dem drauf ist nicht richtig Tramp los man du bist nicht drin ich sitz hier oben hier jetzt davor wegfährt mit ok gut grad ist jetzt jetzt bist du runter gesprungen Tramp Tramp fährt hinter mir her glaube ich das sieht geil aus aber du sitzt oben drin ist hier oben drin ja alles gut also lass dich von nix ablenken ja ich find's geil wie du immer noch hinter mir herfährst läuft der slide ist was lustig wäre wenn deine hitbox auch hinter uns sliden würden ähm blöde frage ist das sind wir noch in der story mission ja 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 das ist die zweite hälfte der story mission alter ja die ist ganz gut konzert könntest du mal schießen damit ich sehe dass dass du auch das geschützbedingst ja siehst du es nein spürst du es leider nicht nein riechst du es oh gott gut alles alles läuft bei mir hinterher ja bei mir auch das sieht echt cool aus oh direkten gegner hab ich überfahren nichts passiert ja der slide ja hinter mir her ne ja sieht echt cool aus alter wie fahrt ihr denn ja wie ihr aber komisch alter was machst du leute töten offensichtlich hat gut funktioniert hat gesehen davon dass die karikall 1,3 kilometer bis zum ziel 1,2 kilometer bis zum ziel ja ja luftlinie ja ja luftlinie ist eine richtig gute angabe richtig luftlinie könnte ein serpentin sein 300 kilometer in luft ist es auch das was mit marco im kopf ist das passt schon ha 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 Trap du hast es einfach drauf also hör bitte auf oh gott oh gott oh gott ähm ja es wurde die zeit für ein fahrzeug wechsel glaube ich obwohl er lebt noch ja er lebt noch er lebt noch er lebt noch er lebt noch hinter mir her also er ist nicht so wirklich an bord aber so ein bisschen ich bin dabei er ist dabei wie geht es weiter da gibt es auch so ein lied alter was fährst du denn für ein beschissener kack scheiß dreck viva colonia warte wir können einfach draufhauen nur weil sich dieser mini baum nicht umknacken lässt wir lieben und wir hassen das volk wo sind die gegner? das sollen eigentlich 10 millionen gegner sein lass mal tanken die sind hier sind gegner rechte seite hinter dir 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 nicht auf das große fass schießen doch oh ich hätte jetzt nächsten wagen mit wir sind tot wir sind tot wir sind tot alter die tankstelle fliegt ja voll in die luft hier ist auch eine tankstelle gleich geht los scheiße ohne witz wir sind dem schlimmsten das schlimmste ach du leidest wieder hinter mir was ist denn das heute mit den desings des todes gut ähm braucht ihr hilfe irgendwo oder zu spät wir müssen doch gar nicht hier hin oder nee fahr doch weiter Marco wo willst du jetzt hin das weiß ich nicht egal fahren wir weiter irgendwer hat ein heli jetzt von uns ähm 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 was passiert hier also ich konnte ihn wieder aufrichten aber Felix wie kommst du an das Schmuckstück habe ich gefunden cool auf otto auf otto.de wie kommst du hierher die frage das weiß ich nicht Gott hat mich hierher gebracht ja ich bin gestorben ja wir sollten den Heli hinter uns loswerden ja Gott das ist das Stichwort hast du recht Magnus oh Gott what 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 wie sah das jetzt für dich aus gar nicht äh der Helikopter war einfach weg glaub ich das ist eine Lammernlage ja wo fährst du denn hin wo fährst du denn hin oh ja weiß ich auch nicht keine Ahnung hat noch einen entdeckt alles bestens ich muss nur die Unileverfahren ha ich bin die umfallen ohne dass ich was sehe wie sie getötet werden das ist geil oh das war ganz schlecht what what ja Explosion Artilleriebeschuss Alter wie geil sieht das aus ich sitze tot auf dem Beifahrer sitzt vom Heli ich kann den nicht reviven kann den niemand reviven äh egal ich bleib so lange sitzen bis wir landen halt lass das da unten ist die Unidad ja wir steigen hier glaub ich aus oder müssen wir den erschießen nein der muss überleben scheiße scheiße wir brauchen eine Karre ach so scheiße Alexa stopp auf jeden Fall los unabhängig jetzt läufst du selber neben der Karre her wie geil er fährt und läuft dahinter ach scheiße äh 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 leider hat er keinen Fahrer sonst würde ich ihn erschießen aber ich kann versuchen auf die Räder zu schießen hm äh äh ü äh ä